Wunsiedel ist die Kreisstadt des oberfränkischen Landkreises Wunsiedel im Fichtelgebirge und liegt im Tal der Rösslau am Fuß der Kössayne. Die Stadt im Zentrum des Fichtelgebirges ist Geburtsort des Schriftstellers Jean Paul und Austragungsort der alljährlichen Luisenburg-Festspiele. Stadtgliederung Die Stadt Wunsiedel ist in 30 Stadtteile eingeteilt. Geschichte Der Ort wurde erstmals 1163 als Sitz eines ministerialen Adelbertus oder Albrecht urkundlich erwähnt. Der Name rührt wahrscheinlich von Wun und Sedel her. Im Jahr 1285 erhielt Burg Graf Friedrich III. von Nürnberg die Lebensherrschaft durch König Rudolf I. von Habsburg. 1326 wurden die Stadtrechte durch Burg Graf Friedrich IV. verliehen und 1328 durch Kaiser Ludwig den Bayern bestätigt. Hans von Kotzau besiegte 1430 die Hussiten in der Schlacht am Katharinenberg. 1462 siegte Jobst von Schirnding über die Böhmen ebenfalls am Katharinenberg. Wunsiedel war im späteren Mittelalter vornehmlich von 1250 bis 1450 ein Zentrum des Zinnbergbaus und erlangte trotz seiner ungünstigen Verkehrslage große wirtschaftliche Bedeutung durch die Herstellung von Weißblech, durch das ansässige Schmiedehandwerk, welches jedoch Ende des 15. Jahrhunderts auch als Folge der Hussitenkriege einbrach. Seit 1613 war Wunsiedel Hauptort des Sechsamterlandes. Dem Amtshauptmann in Wunsiedel waren die Amtmänner in Hohenberg, Weißenstadt, Kirchenlamitz, Selb und Tierstein unterstellt. Bis 1792 gehörte die Stadt zum Hohen Solanschen-Fürstentum Bayreuth und seit 1500 auch zum Fränkischen Reichskreis. Stand nach der Abdankung des letzten Markgrafen Karl Alexander von Brandenburg ans Bach von 1792 bis 1806 unter preußischer Verwaltung, war vier Jahre von napoleonischen Truppen besetzt und kam 1810 zum Königreich Bayern. Brände in den Jahren 1476, 1547, 1607, 1636, 1644, 1646, 1657 und 1731 vernichteten jeweils Teile der Stadt. Nach dem letzten Großbrand im Jahre 1834 der zwei Drittel Wunsiedels zerstörte erhielt die Stadt ein klassizistisches Stadtbild. Am Friedhof an der Egerstraße befinden sich die Gräber von 30 KZ-Opfern. Aufsehen erregten die jährlichen Demonstrationen von Neonazis, die seit den 1990er Jahren im August am Grab von Rudolf Hess stattfanden. Nachdem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht die Gedenkmärsche für zulässig erklärt hatten, kamen im Jahr 2004 rund 4500 Demonstranten. Wunsiedeler Bürgerinitiativen organisierten darauf hingegen Demonstrationen. 2005 wurde der Aufmarsch verboten. Diese Entscheidung wurde vom Verwaltungsgericht Bayreuth, dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht bestätigt. Das Grab wurde wegen Ablaufs des Pachtvertrages im Juli 2011 aufgelöst. Für den 15. November 2014 hatten die Bewohner von Wunsiedel den jährlichen Trauermarsch der Neonazis in den unfreiwilligsten Spendenlauf Deutschlands umgewandelt. Unter dem Motto Rechts gegen Rechts wurde die Laufstrecke mit satirisch bedruckten bunten Bannern geschmückt und von Unterstützern aus der Region für jeden gelaufenen Meter 10 Euro an Exit Deutschland gespendet. Am Zielort wurden Siegerurkunden an die Teilnehmer ausgeteilt, auf denen ihnen Hilfe von Exit beim Ausstieg aus der rechten Szene angeboten wurde. Am 23. September 2008 erhielt die Stadt den von der Bundesregierung verliehenen Titel Ort der Vielfalt. Eingemeindungen Am 1. Januar 1975 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Schönbrunn eingegliedert. Am 1. Januar 1978 kamen die ebenfalls selbstständigen Gemeinden Bernstein, Hildernbach und Hohenbrunn hinzu. Politik Die Kommunalwahlen 2002, 2008 und 2014 führten zu den folgenden Sitzverteilungen im Stadtrat. Wunsiedel pflegt Partnerschaften mit folgenden Städten. Frankreich Mende Frankreich Deutschland Schwarzenberg Erzke Sachsen Deutschland Italien Volterra Italien Tschechien Osttrop Tschechien Wirtschaft Die Wirtschaft der Stadt Wunsiedel ist durch die Chemie, Bekleidungsporzellan, Glasverpackungs-, Steinverarbeitungs- und Bauindustrie geprägt. Außerdem haben einige Autohäuser dort ihren Sitz. Zwei Brauereien sowie diverse Handwerksbetriebe sind in Wunsiedel beheimatet. Insbesondere im Dienstleistungsgewerbe sind viele Beschäftigte tätig. Ein beliebtes Exportprodukt ist der Kräuterlikör 6 M. Tartropfen. Im Gemeindegebiet wird der Wunsiedler Marmor abgebaut. Öffentliche Einrichtungen Öffentliche Einrichtungen sind das Landratsamt, das Finanzamt, das Vermessungsamt, das Amtsgericht, eine Dienststelle des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forstenmünchberg, die AOK-Direktion, das Staatliche Schulamt und eine Polizeiinspektion. Bildungseinrichtungen Städtische Sing- und Musikschule Jean-Paul-Schule Luisenburg-Gymnasium Sigmund-Wann-Realschule Staatliche Wirtschaftsschule Staatliche Fachschule für Steinbearbeitung mit dem Deutschen Natursteinarchiv Europäisches Fortbildungszentrum für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk Staatliche Berufsschule Markträtwitz-Wunsiedel Landesjagdschule des Bayerischen Jagdverbandes Stadtarchiv Stadtbibliothek Haus des Fichtelgebirgsvereins Volkshochschule des Landkreises Wunsiedel i Fichtelgebirge In der Zeit des Kalten Krieges wurde Wunsiedel 1967 Bundeswehrstandort In der 1993 aufgegebenen Fichtelgebirgskaserne waren Fernmeldeteile der Luftwaffe stationiert Neben der Fichtelgebirgshalle und dem Fichtelgebirgstadion gibt es das städtische Freibad mit Sauna und das Hallenbad Auf dem Katharinenberg steht eine moderne Jugendherberge In der Hornschuchstraße befindet sich ein in städtischer Regie geführtes renoviertes Jugendzentrum Zur Naherholung dient das Freizeitgelände um den Sporteich Neben den Sportanlagen der Vereine gibt es verschiedene Kinderspielplätze Am 21. Dezember 2009 wurde im Gebäude der ehemaligen Zuckerfabrik die höchste Kletteranlage Nordbayerns eröffnet Wunsiedel ist Ausgangsort für Wanderungen in das gesamte Fichtelgebirge Durch die Kreisstadt verlaufen der Jean-Paul-Weg, der Höhenweg und der Röslerweg Es besteht ein Anschlussweg zum Weitwanderweg, Fränkischer Gebirgsweg auf der Luisenburg In der Stadtmitte beginnen der Königin Luise Rundweg, der Landschaftslehrpfad und verschiedene Rundwanderwege Durch die Stadt führt der Brückenradweg Bayern-Böhmen, der östlich zum tschechischen Asch und westlich über Bischofsgrün zum Mainradweg führt Auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände direkt am Brückenradweg wurde ein Freizeitgelände mit Kinderspielplatz Senioren-Fitnessplatz-Buhlbahn-USW geschaffen Dort wurde am 3. Oktober 2015 das Wiedervereinigungsdenkmal Drei Bäume für die Einheit zum 25. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung eingeweiht Kultur und Sehenswürdigkeiten Luisenburg-Felsenlabyrinth, Bürgerlicher Landschaftsgarten und Nationales Geotop Bürgerpark Katharinenberg mit Rotwildgehege und Greifvogelpark mit Feignerei Auf dem Friedhof auf dem Auchruderfess bis Juli 2011 bestattet war, befinden sich Einzel- und Rheingräber von 30 KZ-Insassen, die bei einem der Todesmärsche am 15. April 1945 von SS-Wachmannschaften ermordet wurden Lernort Natur auf dem Katharinenberg, klassizistische Altstadt, Jean-Paul Rundwanderweg in Wunsiedel Nord, Markus Zahnallee mit Kapelle Sankt, Josef, Bergkappel bei Wunsiedel, Sport und Eisweiher Wunsiedel ist zugleich der Name eines Theaterromans von Michael Buselmeier, der in der Stadt spielt und 2011 auf der Schottlist zum Deutschen Buchpreis stand. Museen Das Fichtelgebirgsmuseum ist das größte bayerische Regionalmuseum mit umfangreicher Gesteins- und Mineraliensammlung. Im Deutschen Natursteinarchiv befindet sich mit 5500 Musterplatten von Naturwerksteinen aus aller Welt die weltweit größte einschlägige Sammlung. Bauwerke Stadtpfarrkirche Sankt, Veit, Spitalkirche Sankt, Maria, Katholische Pfarrkirche zu den Zwölf Aposteln, Friedhofskirche zur Heiligen Dreifaltigkeit, Die Kirchenruine Sankt, Katharina auf dem Katharinenberg ist das älteste Baudenkmal der Stadt. Das Rathaus wurde von 1835 bis 1837 erbaut. Das Kopitentor einzig erhaltenes Tor der ehemaligen Stadtbefestigung wurde 1471 errichtet. Jean-Paul-Geburtshaus mit Jean-Paul-Büste von Ludwig-Schwanthaler, Schloss Bernstein, Historische Milchgruben im Ortsteil Schönbrunn, Standorte ehemaliger Burganlagen in den Ortsteilen Schönbrunn und Schönlind, Siehe auch, Veranstaltungen und Organisationen Luisenburg-Festspiele Juni bis August auf der ältesten Freilicht- und Naturbühne Deutschlands, Brunnenfest am Samstag vor dem 24. Juni, Volks- und Wiesenfest auf dem städtischen Festplatz jeweils von Freitag bis Dienstag in der 1. Juli-Woche, Wohnsiedler-Kultnacht am 2. Samstag im Mai, Museumsfest im Fichtel-Gebirgsmuseum am 2. Sonntag im September, Wohnsiedler-Kneipennacht Anfang November, Wohnsiedler-Holztage veraltet, Toyota-Treffen am Parkplatz der Luisenburg jedes erste Wochenende im September, Kulisklamat Katharinenberg, Schülerverbindung absolvia Wohnsiedel von 1911 im FAC, Verkehr, Straße, 2 km südlich von Wohnsiedel führt die B303 vorbei, die bei Bad Berneck in die A9 München, Berlin einmündet, In Nord-Süd-Richtung verläuft die neue A93 Hof Regensburg-Ausfahrt Wohnsiedel oder die Staatsstraße 2177 Hof Wohnsiedel, Eisenbahn-Bus. Der nächste Bahnhof Wohnsiedel-Hohenbrunn befindet sich im Wohnsiedler-Ortsteil Hohenbrunn. Der nächste Bahnhof von überregionaler Bedeutung befindet sich in Markt-Tretwitz. Busverbindungen gehen ab Busbahnhof Wohnsiedel in alle Richtungen. Flugverkehr Internationaler Flugverkehr ab Nürnberg, Leipzig-Halle, Leipzig-Altenburg, Erfurt, München, Frankfurt, Prag und Karlsbad. Insbesondere für Flüge nach Russland. Für den nationalen Flugverkehr steht der Regionalflugplatz Hofblauen zur Verfügung. Früher gab es die Nebenstrecken Hohenbrunn, Wohnsiedel, Tröstau, Leupolsdorf sowie Hohenbrunn, Selb. Diese Strecken wurden inzwischen stillgelegt. Die Trasse wird größtenteils als Fahrradweg genutzt. Persönlichkeiten Hans von Kotzau, Hauptmann in Wohnsiedel Johann Christoph Leuertz, Superintendent Paul Eugenius Leuertz, Theologe, Lehrer, Bischof der Herrnhuter Brüdergemeinde Erhard Friedrich Vogel, ab 1803 Superintendent in Wohnsiedel, wo er auch starb. Michael Ludwig Wellmer, Sachbuchautor und Schriftsteller, fungierte bis 1812 in Wohnsiedel als Stadtgerichtsdirektor. Rudolf Hess, Stellvertreter Hitlers, beerdigt in Wohnsiedel. Das Grab war bis zu seiner Auflösung 2011 Kultstätte seiner Anhänger. Ehrenbürger August Huppert Arzt, Friedrich Meinall, Heinrich Hohener, Professor der Geodäsie, Heiner Bier, Verleger und Buchdruckermeister, Elisabeth Jäger, Stadtchronistin und Stadtarchiverin, Monsignore Heinrich Benno Schäffler, katholischer Geistlicher und Gymnasiallehrer, Söhne und Töchter der Stadt Sigmund Wann, Handelsherr, Stifter des Spitals, heute Fichtelgebirgsmuseum. Matthias Anomeus, Pädagoge, Mathematiker und Mediziner. Johann Pachebell, Vater des Komponisten Johann Pachebell. Johann Alexander Christ, Jurist und Bürgermeister von Leipzig. Johann Georg Pertsch, Jurist und Hochschullehrer. Johann Daniel Lehrs, Apotheker, Butaniker, Hochschullehrer. Eugen Johann Christoph Esper, Entomologe, Butaniker und Pathologe. Jean Paul, Schriftsteller. Christoph Friedrich Lehrs, Magistratsrat und Fabrikant, Stifter des Lehrschen-Waisenhauses in Bayreuth. Karl Ludwig Sand, Burschenschaftler, Mörder August von Kotzebüß. Heinrich Holzschuh, Sozialarbeiter, Pädagoge und Lieddichter. Johann Christian Ziegler, Maler. Johann Karl Fraß, Erfinder, Pionier der deutschen Technikgeschichte. Johann Konrad Unglaub, Oberingenieur und Erfinder, Vizepräsident der Reitfecht-Schule und Philatelist. Christian Döber, einer bedeutender Violoncellist, Gambist, Dirigent und Musikschriftsteller. Wilhelm Wirt, Oberfränkischer Psychologe. Ludwig Heinrich Jungnickel, Illustrator. Hans-Heinz Bauer, Politiker, MdB, einer der Väter des Grundgesetzes. Heiner Grimm, Kunstmaler. Friedrich Müller, Lehrer und Sachverständiger für Naturwerkstein. Begründer des Natursteinarchivs der Staatlichen Fachschule für Steinbearbeitung in Wunsiedel. Walter Tröger, Präsident des NOK. Karl Braun, Ethnologe und Hochschullehrer. Siegfried Roch, Handball-Nationaltorhüter, Silbermedaillengewinner. Peter Mayer, Bayerischer Landtagsabgeordneter und Landtagsvizepräsident. Wolfgang Hafner, Jazz-Schlagzeuger. Horst Hüttl, Skisprungtrainer.